Hallo? Ich versteh dich nicht. Was? Geht es nicht besser? Oh doch. Und wie? Das klären wir jetzt bei zwei Minuten Wissen. Wenn wir telefonieren, zeichnet unser Handy ein Audiosignal auf. In diesem Mikrofonsignal ist dann aber nicht nur das, was wir sagen, sondern auch die Geräusche im Hintergrund. Diese Hintergrundgeräusche können wir aufteilen in stationäre und nicht stationäre Signale, damit wir uns beim Telefonieren besser verstehen, wollen wir diese Hintergrundgeräusche unterdrücken. Stationäre Geräusche sind dabei relativ einfach, da wir uns in einer Sprachpause ein gutes Bild davon machen können, wie das Signal klingt. Nicht-stationäre Geräusche sind deutlich schwieriger zu unterdrücken, da wir nicht wissen, wann sie auftreten, wie lange sie andauern oder auch nur, wie sie klingen. Hier brauchen wir dann anspruchsvolle Mathematik, um das Signal zu berechnen und vom Mikrofonsignal abzuziehen. Wenn wir bei der Aufnahme zwei oder mehr Mikrofone haben, können wir Geräusche unabhängig von ihrer Art unterdrücken. Als Vorbild dient hierbei der Mensch. Mit unseren zwei Ohren können wir identifizieren, aus welcher Richtung ein Signal kommt. Das gleiche kann unser Handy mit mehreren Mikrofonen auch. Wir können es also dazu bringen, in eine Richtung zu hören und alles andere zu ignorieren. Hallo? Jetzt besser? Ja, viel besser. Ich rufe an wegen deines Videos. Willst auch du dabei helfen, Kommunikation für alle entspannter zu machen? Dann komm studieren, an die FAU. Annika mit den Regelsbücher. Hallo? Hallo? Bis zum nächsten Mal.